Wozu an Gott glauben, wenn das alles nur Einbildung ist? Ist da was dran? Ist religiöser Glaube nur Illusion oder Wunschdenken? In diese Richtung geht zumindest die recht bekannte Religionskritik von Freud oder auch Feuerbach. Da entdeckt der Mensch vielleicht Beschränkungen in der eigenen Existenz und wünscht sich Allmacht. Er sieht seine Sterblichkeit und wünscht sich ewiges Leben. Kurz gesagt, der Mensch projiziert sich seine tiefsten Wünsche in den Himmel und schon ist das religiöse Denken geboren. Gott als Illusion. Was damit oft auch mitschwingt, Glaube ist unbegründet. Er widerspricht vielleicht sogar dem Denken. Auf alle Fälle ist er rein subjektiv. Ich denke, dass das zu kurz gegriffen ist. Zum einen, weil meine Wünsche noch längst nichts über die Wirklichkeit aussagen. Ich kann mir alles Mögliche wünschen. Einen saftigen Hamburger, ein Leben ohne Leiden oder eben ein Gott. Was davon Realität ist, hängt nicht von meinen Wünschen ab. Genauso kann ich mir natürlich auch wünschen, dass es keinen Gott gibt. Das kann unter Umständen für manche ja auch wünschenswert sein. Du siehst also, die Religionskritik von Freud oder Feuerbach hat für sich erstmal keine Beweiskraft. Außerdem kann ich sie auch einfach umdrehen und sagen, der Atheismus ist Illusion oder Wunschdenken. Weder die eine noch die andere Sicht beweisen irgendetwas. Ich muss also schon etwas tiefer bohren und nach objektiven Argumenten suchen. Und da überzeugt mich zum Beispiel die These, ein intelligenter Gott hat dieses Universum erschaffen. Das bietet mir überhaupt eine viel bessere Grundlage dafür, meinem eigenen Verstand zu trauen oder überhaupt Wissenschaft zu betreiben und Wahrheit zu suchen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass alles, also auch mein eigenes Gehirn, ein Produkt des Zufalls ist, wie kann ich mich dann auf mein Denken verlassen? Inklusive der Gedanken, die mich an Gott zweifeln lassen. Für mich ist aber vor allem Folgendes entscheidend. Der Glaube an Jesus und seine Auferstehung stellt historische Behauptungen auf. Die Quellen nennen konkrete Orte, Zeiten und politische Personen. Wenn es wahr ist, muss es also Spuren in der Geschichte hinterlassen haben. Indizien, zu denen ich mir eine Meinung bilden kann. Mich führen diese Spuren zu der Überzeugung, Gott hat Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt. Glaube an Jesus ist keine Illusion. Es ist die Einladung, einer realen Person zu vertrauen. Wer rationale Gründe dafür sucht, wird sie finden.